10. April 1991. Automobilwerk Eisenach. Ein historisches Datum. Die grundlegenden politischen Veränderungen in Deutschland, der Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft, schafften für das Automobilwerk Eisenach ebenfalls grundlegende Einschnitte. Wartburg An diesem 10. April verließ der letzte Wartburg im Automobilwerk Eisenach. Das Fließband der Endmontage. Die 6300 Mitarbeiter, die zu diesem Zeitpunkt noch beschäftigt waren, gaben ihm das letzte Geleit. In den 19 Jahren Automobilbau in Eisenach gab es ständig wechselnde Höhen und Tiefen. Aber es gab zu allen Zeiten Mitarbeiter, Arbeiter und Ingenieure, die mit Enthusiasmus, Wissen und Können mit Leib und Seele Automobilbauer waren. 1896 gründete Heinrich Erhard die Fahrzeugfabrik Eisenach AG. Erste bedeutende Schritte für die Industrialisierung der Region. Zwei Jahre danach verließen die ersten Motorwagen das Werk. Sie erinnerten noch stark an eine motorisierte Pferdekutsche. Anlässlich eines Fahrzeugkorsos im März 1900 erhielten diese Automobile auch ihren Namen. Wartburg Motorwagen. Der erste Petroleum-Tankwagen Deutschlands um die Jahrhundertwende war ein Wartburg. Genauso wie einer der ersten Feuerwehrwagen. Dixie war ab 1904 der Markenname der Eisenacher Autos. Ein Exportschlager nicht nur für europäische Länder, sondern auch für Übersee. Noch heute steht ein Dixie R12 im Bordwood Mill Museum in Myrtlebank in Südaustralien. Im Ersten Weltkrieg produzierte das Werk vor allem schwere Lastwagen für das kaiserliche Heer. Danach brachte man kurzzeitig Neuentwicklungen auch unter einem neuen Markenzeichen heraus. Der 6-18 PS Dixie, der erfolgreichste Sechser der 20er Jahre. Durch die Weltwirtschaftskrise war dem Dixie 9-40 PS kein Erfolg beschieden. Aber mit der Produktion eines preiswerten Kleinwagens, dem Dixie 3-15 PS, kam man aus den roten Zahlen. Selbst der ADAC fuhr seinerzeit den kleinen Eisenacher Dixie. Und als 1928 BMW die Eisenacher Fahrzeugfabrik übernahm, baute sie ihn als BMW Dixie weiter. BMW entwickelte dann ein eigenes Fahrzeugprogramm. Vom BMW 309 über die 1,5- und 2-Liter-Typen bis zum rassigen Sportwagen BMW 328. Der war damals in seiner Klasse nahezu unschlagbar. Im Zweiten Weltkrieg produzierte das Eisenacher Werk Rüstungsgüter, bis die Bombenangriffe der Amerikaner die Fabrik zu fast 70 Prozent zerstörten. Der harte Kern der Eisenacher Automobilbauer rettete das Werk vor der angedrohten Demontage. Schon ab November 1945 liefen wieder Autos und Motorräder vom Band. Ein knappes Jahr später dann übernahm die sowjetische Aktiengesellschaft Avtovelo das BMW-Werk. Leipziger Frühjahrsmesse 1950. Neukonstruktionen deutscher Nachkriegsautos. Nachkriegsautos, die nie in Serie gingen, denn das Werk wurde Volkseigentum. Unter dem Markennamen EMW Eisenach kam das erste Fahrzeug mit einem Zweitaktmotor, der IFA F9, in die Eisenacher Produktion, auf Anweisung von ganz oben. Grundlage für die Entwicklung des Wartburg-Programms war die Technik des IFA F9. Die schönsten aus diesem Programm waren der Wartburg Sport und der Wartburg Bellevue. Letzterer und die Prototypen Wartburg Coupé von 1969 und das schwimmfähige Kübelfahrzeug für Jagd und Freizeit von 1970 gingen nicht in Serie. Auch nicht die Typen 360 von 1974 und der RGW Wartburg 610M mit Skoda-Motor. Das Werk unterhalb der Wartburg hatte vor allem Probleme durch seine Lage. Bei seiner Gründung lag es noch vor den Toren Eisenachs. Doch die Stadt wuchs und umschloss nach und nach die Fabrikanlagen. Das bedeutete begrenzte Kapazität und geringe Stückzahlsteigerung. An den Gebäuden waren nur kleinere Anbauten möglich. Außerdem konnte die alte Bausubstanz nicht erneuert werden. Doch nicht nur die Gebäudesubstanz war veraltet. Das gleiche galt für die Produktionsanlagen. Erst in den 60er Jahren ersetzten Schmiedepressen die völlig ausgedienten Fallhämmer. Bis in die 60er Jahre hinein veraltete Anlagen auch in der Galvanik. Ab dann kam ein Nickel-Chrom-Automat zum Einsatz. Er vereinfachte wesentlich das Galvanisieren der vielen Chromteile am Nachkriegs-Wartburg. Später wurden solche Automaten vor allem zur Oberflächenbehandlung und zum Korrosionsschutz der vielen Kleinteile eingesetzt. Zum Serienanlauf des Wartburg 353 1966 wurden erst und letztmals im Stammwerk größere Rekonstruktionen durchgeführt. So arbeiteten im Karosseriebau weitgehend automatisierte Punktschweißanlagen, wie hier bei der Bearbeitung des Karosseriebodens. Dennoch war für bestimmte Arbeitsgänge nach wie vor das manuelle Schweißen durch Facharbeiter notwendig. Auflegen der fertig geschweißten Bodenanlage auf den Transportwagen. Dieser war die Basis für den Aufbau der Karosserie. Punktschweißen der Radschalen am Fahrzeugheck. Geringe Produktionsstückzahlen machten eine Vollautomatisierung hier wenig sinnvoll. Analog dazu musste der Transport noch teilweise von Hand erfolgen. Hier bis zur nächsten Automatisierungsstation, wo gerade das fertige Heck auf die Bodenanlage aufgesetzt wird. Montage der Karosserie Stirnwand auf die Bodenanlage. Dann das Auflegen der Dachhaut. Große Probleme im Wartburg-Karosseriebau ergaben sich vor allem durch die Produktion auf engstem Raum in verschiedenen Etagen. Schon bei der Installation der Maschinen und Anlagen setzte die Tragfähigkeit der Gebäudedecken von vornherein Grenzen. Deshalb waren auch in der dritten Etage an der Karosserie im Wesentlichen nur noch kleinere Anpassungsarbeiten von Hand und Kontrollmaßnahmen möglich. Nach der Endkontrolle kam die Rohbau-Karosserie über eine Luftbrücke in die Wasch- und Phosphatieranlage. Dort wurde die Karosserie entfettet, gewaschen und phosphatiert. Nun war die Karosserie mit einer Zinkphosphatschicht versehen. Ein ausgezeichneter Haftgrund für die Grundierung, die im elektrophoretischen Tauchbecken vorgenommen wurde. Die in chemisch reinem Wasser gelösten Lackpartikel kamen auf elektrischem Wege auf die Karosserie. Anschließend wurde die Lackgrundierung bei einer Temperatur von 160 Grad Celsius eingebrannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017